Wir freuen uns sehr, dass wir als Mittenbau neu dabei sein dürfen beim SC Brüel als Hosen-Sponsor. Dass wir dann teil sein dürfen und den SC Brüel als bekannten Stadt-Saint-Galler-Sportverein so unterstützen, wir hier aus dem Thurgau. Wir haben den SC Brüel kennengelernt mit sehr vielen leidenschaftlichen Leuten, die sich im Hintergrund dafür hergeben, dass der Sportclub funktioniert. Auch wir in der Mittenbau leben diese Leidenschaft und sind darum gerne ein Teil dieser SC Brüel-Familie. Ich bin hier im Hauptsitz der Mittenbau in Ammerswil. Wir sind sehr stolz, dass Mittenbau ein neuer Partner vom SC Brüel ist. Mittenbau steht bei den gleichen Werten wie wir haben. Leidenschaft, Zuverlässigkeit und wirklich Spass. Und da freuen wir uns sehr auf die Zusammenarbeit. Wir können stolz sein, dass Mittenbau bei uns am Wort. Mittenbau 보ивают diese Leidenschaft und richtig aus, weil diese Leidenschaft und die Leidenschaft die momentaneAH Josekin dann ist. Manывайтесь mit allen Position und schna чист und wir können weaponնieren. wir müssen damit entspann, wir können die Gabriel-Leidenschaften wir müssen also im Glück